feuer pokémon haben was du bist definitiv kein feuer pokémon aber du hast ein wasser was macht denn mogelbaum hier in der arena wir sind in der ersten arena und er hat einen mogelbaum alter dieses spiel ist so ich hasse diese kacke warum muss das immer mir passieren ey ich raste euch richtig aus ne ich raste euch richtig aus leute das gibt's doch nicht mann ich kann das alles nicht mehr was ist das so viele folge schon wieder ich kann machen was ich will was mein kleiner mit donnerzahn was hallo how are you please help me und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge pokémon vintage white wir wollen heute sterren besiegen und und orne 1 holen das ist zumindest der plan für heute alle sind auf level 14 ich habe es war kein fehler dass wir alle auf level 14 gemacht haben das aktuell hier unser team nichts besonderes muss ich sagen also es ist okay bis jetzt ich hoffe dass wir durch stellen gut durchkommen ich habe bis lang muss ich sagen ich bin sehr angst du hast ja die plack ist auch immer stärker bei dir ich hoffe dass du wie gesagt einigermaßen gut durchkommen bin gespannt was der liebe chairin kann und was er nicht kann wir gehen auf jeden fall ein beginnt ich glaube er hatte ja ich hatte ja geckappen wo ich hatte ja geckappen wo und ich hätte vielleicht sagen er hat ja auf jeden fall er hat ja auf jeden fall hatte noch mal gehabt ich glaube er hatte warte mal ich hatte ja geckappen wo und ich hatte flemmen das heißt er hat hydropi was haben wir gegen hydropi tusker haben wir mit worte absorgt das ist ja ganz gut oder wir haben mit den typen gesprochen hier drin da gibt mir einen kiss antidote ich hab so schnell geklickt man und hier wow das ist besonders in griechen full deal na gut dann wollen wir reingehen ich habe angst ich habe richtig backe dass er mir jetzt richtig einen auf den sack gibt kannst mir vorstellen ich hoffe dass sie hier nicht unser erstes pokémon verlieren wäre auf jeden fall gut was kann er denn was hat er denn matt er beginnt mit macht gibt es aber ist denn die okay ja wir packen einfach würde ich sagen wir packen beiden auf dem wasser los ich hatte irgendeine beere die wir fressen können ja aber in berlin perfekt wusste ich mich das ist i guess ok in den confusion greifen spezieller noch ja konzentriert mich wie viel macht das das war ein schöner krit cool nehmen muss sagen gefällt mir sehr gut geht super los ist die bauern den erstmal gar keine bock dass sie mich jetzt aber kritisch oder so kommentos kam mehr erst so er kriegt nur wundern sleep und der brian oh mein gott er nimmt sich über wenn ich ein bisschen trinke das ist absolut heiß bei mir und ich bin dann nicht so der aufnahme ähnliche fernenden aufnahmen zu trinken aber ich hab ich noch mal das war die noch mal waren bei mir den kampf dürfen wir jetzt eigentlich mehr oder weniger haben also den das bruch bitte das matt gibt zu besiegen wenn ich treffen würde bitte was ist mit dir worte fack ich hasse genauigkeitsdenkung das geht mir so offen sagt so was hast du noch was ist ein zweites pokémon wie 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 kommt rein ich gerne mal die sheet connecten der bescheid anpassung so ein schritt aber das vier schaden waren jetzt 14 kp na da ist ein daumen ein daumen kürt macht ungefähr so um die haben wir mal gerundet 30 kp in zwar auf minus 3 er genauigkeit aber vielleicht krieg ich ja noch ein fund raus wie war das mit kürt gerade angesprochen grüne wenn ich nicht bin ich klasse finde ich echt gut ähm bitte mehr davon das ding ist was 20 darf du hast 20 darf du hast 21 dass du hast 16 def und du hast 18 def dann ist es michelle ne michelle und ich muss glaub ich ja was mach ich dann krieg ist schwächer mit 14 ich spiel jetzt auch hier gegen den kürtik ist gleich stark wie brunde ich will auch hier jeder gegen den kürtik ist weil ich habe keine andere wahl und geoffen mega train mich was okay ist eigentlich auswächsen zack die noch ein bisschen chip dürften man ja wieder voll sein was sehr gut wäre wenn wir vor live sind sehr gut dann wechseln wir jetzt auch auf kennen denn so dass ich alles leben von dem damit kann nicht kürtet werden wir können mit denen auch nicht geschützt werden weil wir panzerhaut haben glaube ich oder man mit dem panzerhaut wir haben wir nicht nur alles mit blaze back 2 so okay der hat nicht gekürtet und wie sollt jetzt gehen oder ja wie kein schermis bruder das habe ich da wieder in sind kürten muss ist wieder so klar gerade abgesprochen und er kürtet nämlich in sind so ein bastard sowas kriegen wir von dir der schneider ist auf jeden fall für tusker weiß ich wahrscheinlich von typ pflanze ist genau 60er step move pflanze geben wir tusker auf jeden fall ich werde heute singen einsetzen mich schel geben ist erstmal nicht weil du hast keinen guten physischen attack ne da lassen wir es erstmal andere möchte es eigentlich auch noch nicht geben aber nice das gefällt mir danke dir sharon so dann wollen wir mal schauen was die trainer hier in der ersten arena können wie die hier gepult sind ob die irgendwelche typen haben also eigentlich müssten wir rein theoretisch gegen wasser spielen gegen kollen wir haben noch wir haben tusker wir haben mirabler wir haben auch ein smear was ganz gut dagegen ist ein shiri ist ganz okay gegen und natu was jetzt hier allerdings probleme kriegt weil das ding natürlich auch nicht attacken kann müssen wir nicht rausgehen auf wurm müssen wir rausgehen auf wurm ich hoffe der tut mir jetzt nicht allzu sehr weh er wird erst mal auf dem fakeout gut das war eigentlich ob wir es lief die park beiden nicht auf dem pack zu sehen auf jeden fall gehen liefache schwäche weg mir das lief sehr schön sehr schön der gegner ist nicht so schön da müssen wir auch kennen gut fix ist keine dürre zumindest also muss nicht das wohl fix ins internet ist okay sollten gut hängen ja gut erledigt jetzt in der pflanzen und pflanzenbogen und vielleicht der nächste könnte mit dem feuer pokémon dienen und das letzte dann mit dem wasser arena leiter pokémon dann weil wegen die passen die kommen durch die logische reihenfolge nach nichts daran feuer und dann ja wie sagt wasser so könnte ich mir das auf jeden fall vorstellen oder die haben alle drei wasser pflanze feuer also weil sie ja auch weil man hat ja so wie lange bin ich denn verwirrt man das kriegt schon wieder auf das kriegt schon wieder so auf bin wieder 38 jahre verwirrt weil ich wieder richtig da bist du also da sei das ist mit diesem wohl fix nicht in ordnung hör doch auf mich die ganze zu verwirren what the fuck ich hab denen nichts getan weg pack viel alter dankeschön die weg du scheiß wie da hat er jetzt noch ein wasser pokémon ich gebe mir die chance ich schaffte das ja hallo man sich so viele herren wie du willst denn ja mega train und der sollte down sein wenn man nie ein klickt mal sehen aber jetzt theorie stimmt dass du jetzt ein feuer pokémon haben du bist definitiv kein feuer pokémon aber du hast müssen wasser schlecht was macht den mogelbaum hier in der rede sind der ersten arena den mogelbaum was von typ pflanze ist ich bin zurückgerufen das lag man kommt rein mit hartzeuge absorber was passiert hier gerade warte fack ich bin gerade gar nichts mehr durch was mit dem ich habe keine ahnung was ich machen soll was hat mir denn die stelle match gemacht bitte gerade wie tecke mal ich kann ja auch wenn ich die ganze zu quitten es ist denn das in der folge schon wieder er kürtet aber er kürtet mich nur ach gorn schläft ins sind ja auch das ist gut zu wissen der kann die körper ok ok ich muss hier was anderes machen aber ich kann nichts anderes machen ok ok ein brief vornehmen musste mit man sich machen soll gegen den g dernier denken oder so flücken hatte noch mal macht es jetzt eigentlich auch Donut keinen schaden dass sie jailow das heißt übrigens kranke roll eine kreative 8 oder das auch minus 3 def ja ist okay so ich heile jetzt erkennen ja ja und mich wieder ist so ein hässliches alter weil auch nichts anderes physisches außer andre vielleicht angefangen wir 19 22 ja ich weiß es nicht was mache ich es alles scheiße irgendwie jetzt hier bleiben drin er macht auch nicht wird ember johann jena johann genesung und noch einen vierten ruf in da irgendwie nicht einsetzen möchte oder hat keinen vierten lange schlafe ich denn jetzt hat auch keinem erzählen wie lange ich hier peter wacht doch einfach auf kennen danke jetzt auf minus 3 def und ich mache gar keinen schaden mal so ein crit wäre geil er heilt sich halt im sin wieder ne er heilt sich halt auch im sin wieder das wird dieses ding so viele probleme machte ich auch nicht gedacht hätte ich im besten will nicht gedacht ob die andere dass seine steine teilen ist geschein und hätte dann auch das zu tun das dürfen nicht vergessen und er hat danach noch noch ein pokémon oder sie eher gesagt immer focus energy ich will den krippen ich muss den krippen wie viel johann hat er denn wie oft kann man es nicht kann sie überblick nur dreimal einsetzen und die gehen anscheinend achtzehnmal kann man nicht wahr sein ach so ist das also der hat water gun natürlich hat der water gun ja natürlich hat der water gun er ist hier wasserfeuer oder was willst du mir damit sagen jetzt sagen der ist wasserfeuer jetzt könnten wir ihn kriegen wenn er aber noch steht haben wir ihnen dann muss jetzt auch einmal schlafen dankeschön eben das stück scheiße du direkt in eine ecke exe alter jetzt kommt das ding halt wieder rein müssen den einschläfern ich hoffe dass wir jetzt ein save switch kriegen auf ja auf was ne ja du hast noch genug erfahrungspunkte sinkt der ist ja noch eine pflanze hier in dem game wir kriegen den save switch sehr schön wir können auch groven haben die groven und er hat noch eine runde wichtig aber wir gehen auf den cut plus eins war es mal gut schauen ob ein steinwurf ja macht so viel hier zu viel aber wir gehen schimmer daneben jetzt und noch ein service geht und noch ein service geht ja wo muss wieder regeln wo muss regeln ja sollten wir haben ja das haben wir selbst so freuen ich habe jetzt alle 15 gebracht und auch so teilweise ein bisschen trainiert dass sie bald auf level 16 gehen vielleicht sogar im kampf teilweise bei den sets hat sich glaube ich nicht viel getan bei dir zumindest nichts bei dir leider auch nichts du hast glaube ich stuns neu erlernt genau du hast auch nichts neues gelernt du hast auch nichts neues gelernt und da ist der psybeam dazu gekommen was sehr nice ist und ja ich bin gespannt ich habe angst dass es irgendwie wie inheit in worldwide 1 ein dreierkampf ist deswegen packe ich mal meine pflanzen auch nach vorne ich beginne allerdings mit wurm ich hoffe das ist kein fehler und wir gehen rein gegen kolon müsste das sein naja press auf englisch kolon habe ich auf deutsch heißt ja und ich habe schiss ich habe richtig schiss dass wir den typen jetzt richtig oder dass der typ jetzt richtig ein auf dem deckel gibt ich habe auch nichts in wie viel items das braucht man nicht nicht dass jetzt hier nochmal so tiere ich glaube ich auch nichts besonderes wir müssen so rein wir gehen so rein und müssen so rein und wir gehen rein wir gehen rein gegen chris ich habe überlegt ob ich vielleicht doch erst mit dem pflanzen pokémon ihn möchte aber ich habe mich dann doch entschieden mit um zu gehen das war eine gute entscheidung denn er beginnt mit hinter cool wird der instance lieben wichtig wenn wir den instance liegen td-tipp und confusion drauf da drauf halten jungs klappt nicht 50 prozent hat seine bäre wenn ein b-rad dann fressen jetzt weg ja weil ich einfach ein besserer spieler bin als du das ist bei mir jetzt nicht so wie das 2 das bin aber die confusion ich jetzt weg zwar weg mit tentacool und level ab richtig dürfen nicht alles ausbieten was er hat wir lernen er hat er sollte wir erlernen er kater weg mit teckel geil wichtig vor allem ist da kommt rein ist was den ausbieten wir auch und dienst geben die auch zack schlaf eine runde nur auf minus zwei spätste eine runde können bleiben eine runde können wir drin bleiben und eine runde kümmer katern ja ich ja auch möchte erst mal backbite klicken sollen aber es gibt noch eine runde es gibt noch eine runde und gehen doch mal auf mehr kater das kriegen wir ja auch in der pet noch eine runde ist das schön ist das schön leute umregelt ja einfach alles weg mit stern du matt kipp matt kipp ist ein signature wird doch selbst ein stein move weil er hat eingeholt also erst was sie wollen wir den auf jeden fall er wird gefühl wie es liebt und da wenn wir erstmal schön die augenberg snacken sie zu spary sogar noch besser und der wort gab und der jetzt brian ein ok besser wort gab finde ich nicht so geil so wieder einsteigern bitte perfekt aber jetzt gehen wir auch natürlich auch unser kaktus das tusker bei mir ist danach so kreis sei die auch nicht gedacht muss kein geiler man aber wir können aber kann wir können einfach kann und damit haben wir erst erinnern geschafft wenn wir 16 und wir haben kress besiegt jetzt hier ist man besser ist es und wir haben tm hochschlag bekommen von der klima aufstelle entscheider weil wir jetzt ja schon haben raub bin ich nice das gefällt mir da ja der level ist auf 16 mal im team wert ist und auf 80 auf nichts nur da habe ich alles schon auf 18 gemacht jungen hat sich entwickelt hat fordmann noch gelernt aber wir sind ja sagen ob es immer noch hört sich angriff was immer noch wild ist da hat sich absolut nichts geändert perfekt hier hat sich die potter für sonst hinzugefügt hier wurde natürlich auch entwickelt und bisher lernt der hat nichts erlernt er hat immer noch seine beiden und der herrkarte gelernt für pack habe ich nur das beigebracht also gute gute bachs noch mal und jetzt gehen natürlich rein gegen team plasma wo ich natürlich auch noch mal gespannt sind was die vier pokémon haben also ich hoffe wir halten können gut mitteilen ich gehe davon aus dass wir da gut mithalten können ein schlubb ok es ist ein basis pokémon 14 ich hoffe schon mit der 16 hier aber natürlich schon mal eine gute wahl mit andre wir im liebsten zack einmal eine kaffee er muss mich mit supersonic langweilen ist das sein ernst ist das sein scheiß ernst von nach vativos dass sie ihn lass ich dass dass du mich damit ICE müssen muss wenn viele machen wir das klappt auch noch was ok das ist dann ernst wer kann anschauen und wie lange bin ich entweder wird dieses spiel ist so ich hasse diese kacke warum muss das immer nie passieren nein es ist scheiße ist das scheinlich jetzt hier weil das ist ein back-to-back kampf dann er kommt direkt links die bergtheit hoffentlich absacken alter ich schicke er zunge wieder rein wie das kann ich sagen wie lange bin ich denn verwirrt und wir hoffentlich mich noch selbst ich raste richtig aus ich raste richtig aus sollte das kann nicht wahr sein ich krieg nur hex ab nur hex weiß gar nicht was ich zu sagen soll ich weiß gar nicht was sie zu sagen das gibt es doch nicht man ich kann das alles nicht mehr was ist das so viele folge schon wieder ich kann machen was ich will so ein beschissenes kopfmann schlur wo ich schluck ich rein gleich eine zunge raus und ich weiß was ich mit der mache es war das erste pokémon der hat noch zwei und dann kommt noch ein kampf und ich kann mich zwischendurch nicht eilen oder bastard ein stück scheiße okay ich kann es wünschen das gibt es nicht wo sind wir jetzt immer so nervig kann man so nervig spielen wie kann man so nervig sein ach so und die werde schauplers 80er step move vor dem anmerken wir connecten weg mit dem scheiße kann ich bitte aber treffen bitte treffen der richtiger chip wo denn er ist die plott in mein gesicht rein hör auf damit ja weil ich einfach der bessere spieler bin weil ich einfach der bessere spieler bin und jetzt gute nacht extra ist nicht so doppelstärke jetzt weil er pennt oh mein gott der arsch doch trainer weil ich weiß nicht schlimmste sind oder zweitem und er ist auch noch level 16 also laut dokument hat er zu gott mit dem nächsten werden säge direkt die nächste nerven säge bei ging es wird habe ich nicht viel dafür sagt er der business also was und er hat doch vorhin greift er fühlt sich an das wird aua machen das wird richtig aua machen ich muss nun bleiben weil ich kehren wir ja auch einfach ein 3 der will über dem ob gewicht ist ich kann jetzt alles nicht mehr das ist das schon wieder in der folge kognito da kann jetzt auch wieder alles kommt man was soll ich tun ich muss ihn doch mit lieben antik bitte kein omnibus wenn der jetzt die omnibus kriegt dann rast sich aus einfach in mein gesicht ok klar warum denn nicht warum denn nicht spitze fast 36 du auch aber der ist von typ sicher deswegen gehe ich lieber in mein wasser pokémon rein was wirklich hier kennen lebt das ist power ok mal es ist neunziger base attack alter was wir gerade jetzt auch einen schönen spezial verteidigungs job wo tut er dann noch die beißen aber weiter drauf geiler krit nein wenn ich einmal glück haben das sein ja kater macht sieben pro das sind macht mir 18 ne macht mir 14 perfekt sind kann ich auch nicht die pen noch eine runde ja ich muss das auch wenn ich auch wache ne ok wir machen auf was war das für ein kampf weiter aber wir haben es geschafft alter leck mich dick bruder muss los bekommen cool danke das heißt aber auch wir sind jetzt hier auf ruse 3 und können weitermachen ganz ehrlich sind alle so hart hier bei jungen sind direkt die nächsten trainer ich schaue mich erst mal gibt es nämlich items hier hier kann man sich verheilen dann wollen wir mal die kinder garten kinder und erzieherinnen hier alle bashen schon mal ein beschissener lieb für uns haben wir 17 alles klar welches 28 glaube ich das heißt noch ich glaube ich gehe gleich einfach schön mal auf level 20 hoch auf die ruf auf der route wenn sich gar nichts anbrennen da kenne ich nichts bin ich ehrlich level 20 und dann ab die fahrt oder gar keine gute bester verteidigung wie man hier sieht war so ein kritt was da kommt jetzt schon verdammtes magneien willst du mich verarschen das ist ein voll wicktes pokémon wie selten so natürlich ja wenn irgendwas besseres hat dann bin ich tot ich muss so los ne ey was ist das denn hier wo sind wir hier gelandet ist das eine prio ich glaube ich gehe es nicht ein michael kann man ja es ist nicht fahrer da machen tonner von meint china mit donnerzahn was was der mit switch predicted was ist mit dem zucker punch ach so jetzt kommst du mit zucker punch oder was du stück scheiße weg mit dem leck mich dick am arsch na klar warum nicht die confusion den einfach man muss mich langweilen mit hypnose hat er jetzt traum besser oder was ne hex das ist auch eine schöne kombi aber wir haben leck mich dick am arsch alles das viel schaden das hat sich die pokémon ich kann das alles nicht mehr irgendwie schneller sein ja im ist oder im ist das perfekt ich mache definitiv alles auf level 20 minimum ist das geisteskrank hier holy shit holy shit war auf level 20 ich habe nur sludge bei mir ab hat sich geändert das ding ist ich kann hier gegen den trainer kampf drin lassen weil jeder trainer kampf absolut geisteskrank ist ok ich glaube den sollten wir hoffentlich kriegen mit andre den einfach natürlich erst mal in mein gesicht ich glaube den sollten wir kriegen ich hoffe es zumindest hat das überhaupt was abgezogen also jetzt mal vor viel hat das überhaupt was abgezogen was ist mit dem angriff passiert der wurde einfach gelöscht ja geil ne das ding ist aber bitte habe jetzt nicht hier mit dem dings hier ich kann dass er das zurück wirft okay hat er nicht wichtig müssen das irgendwie umspielen aber er hat die fähigkeit dass er davon keinen schaden kriegt dann müssen wir ausgehen auf wurm und das hat somit schlafbruder regeln das ist diese trainer sind ja der hat ein zu bier ist kurzer ohne 1 zu bier ist ich mache sie keinen schaden ich mache den einfach keinen schaden da war natürlich ins in auf und wo du wirst mich ja geil ein stück scheiße kann ich bitte kritten ich meine kritisch um mein gott ist aber ganz schön was kann ich meinen krit sein ich kann das einfach alles nicht mehr was geht was was geht die vorsicht das ist unfassbar den doppelkampf hier unten machen wir noch und dann noch scheren da kommt auch noch scheren wir sagen wir gehen mit unseren stärksten pokémon das ist ich kann das nicht mehr das ist ja so krass hier oben auf der rote holy shit holy shit die neue kombination aber geil wir sind reden und die spielers linke er von der wälder mich in mein gesicht ganz klasse job schneller als ich was ist denn heute los warum habe ich denn so viel pech heute also das ist ja echt nicht mehr feierlich das kannst du auch echt keinem erzählen wechseln aus in jura planen tusker meine fresse ich habe nur gepaart verwirrt es ist einfach alles zum kotzen tapping handswift kommt in mein gesicht ja ganz toll incinuit noch mein neuer gesicht ich werde es auf plus zwei speed ich muss jetzt dieses ist in den minuten aber noch spienen und den karten wir einfach weg der ist immer noch schrecklich der ist immer oder hat der pranks und shit egal ich liebe jetzt alles ohne rechte hat er überlebt jetzt alles eben nicht jetzt viel passen wenn ich jetzt gefühlt parat werde hast dich aus ok besser ist es besser ist es ist sich nun ich bin richtig sauer ich bin ganz so sauer das können wir ja nicht vorstellen geht mir aus dem weg ist ein kack kinder im sandkasten spielen wohin gehört oh mein gott regen die mich auch so den kampf machen wir doch noch wenn ich mir noch einen counter holen ich habe alle 21 hat sich gemacht er hat noch die verdrängen erlebt weil ich habe erlernt und der hat hier noch niedelarm erlernt also bis das cut eigentlich ja damit gehen wir jetzt noch mal rein in den charon fight und dann auch in den counter und dann bin ich wirklich folge eigentlich auch links noch den counter holen auf dem in der höhle mein herz also mein herz macht das das macht nicht mal mein herz macht sich damit diese ganzen nachsorge folgen ich bitte beginnt ihr damit denkt ja er beginnt wir mit denkst ok lachen ja ist mir egal ob ich jetzt gerade über dem bin ich will nach arena der level cap und ich habe nicht nach gut level cap den eisbarn schluss mich verarschen wo er neben dir wir neben dir warum hat er ein eisbarn stirbt rex sie schmone hölle sehr schön was kommt rein natürlich hat den fritze blutze ja natürlich die gardiner einfach er kann ins internet das ist mir so egal das überlebe ich so acht mal ja das macht gar nichts kack ding geben mir aus den augen da lebt so ein fernab ja den langweil mich hier mit seiner wäre sie kriegen ja nicht keine bären möchte auch mit bären haben allgemein mit ich meine zahl ich habe noch kein item gewohnt sich zum tragen geben kann liegt auch langsam weg echt auf mit dem und sein evi da habe ich einfach auch so ich kenne nichts ich bleibe drin hat mich ruhig ist schön effekt war wirst du schon gepäußt ich bezahlen das andere diebe gehabt da waren mich auch gerne ich hatte ich zack mir so egal ist mir so egal einfach mvp sagt so solches tut ist einfach mvp da kannst du fressen weiß ich habe gewonnen so ein counter bitte gib mir was gutes da ein super portion doch mal ein geiles item man encounter ist auf gute drei ein ein gewollt lang ich sag so wie es ist gutes pokémon weil ich noch keine lekte pokémon habe den ich gerne mit und da wollte ich dann ist hardy neutral ist okay hat donnerstag ich schaue bis zur nächsten folge wegen setzänderungen mit rein aber ich würde dann einfach schon mit rein nehmen wollen für geschehen truska weil wir haben schon gelungen als panzen pokémon oder den nato sagt nato ist auch nützlicher ich lass mal glühe truska noch hier und wir fangen uns jetzt eben noch schnell das andere pokémon und zwar hier in diesen wellspring cave und kommt sich auch noch ein schönes pokémon fangen ja doch oh ich werde nicht ob wir reinkommen aber ich bin da nicht reinkommen finden zu bad ich sag ich sage ich sage es ist nicht immer so wird gerne zu hat ist ein gutes nach pokémon ich nehme es auf jeden fall gerne mit so unser zubat ist mord ist ich weiß nicht wie gut ich das finden soll ich schaffe 80 astronomische 60 einfach weiß ich wie gut ich das finden soll weil ich weiß nicht ob der hier viel speziell ist und natürlich ist ja dann ist halt kacke wenn das speziell ist ist das nice ich schaue das auf jeden Fall zum nächsten mal mir noch mal an beim nächsten mal geht es dann weiter hier auf route 3 wenn euch der part gefallen habe ich mich sehr gerne like und abo freuen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder bei diesem geistesgestörten höck bis dann heute macht's gut und ciao und